Kinder! Boah, sie nerven. Bring sie mir lieber bei, wie ich Model werde. Ich glaube, das wird nix. Warum? Weil selbst der Laufsteg einen Umweg machen würde, um dich zu meiden. Thomas, ich sehe, dass du abschreibst. Sie können das sehen? Nee, ich bin blind. Plötzlich blind. Darf ich morgen später zum Unterricht? Warum, was ist passiert? Nix, einfach so. Darf ich dir eine Sechs geben? Warum? Einfach so. Mein Hund hat meine Hausaufgaben aufgefressen. Das ist kein Problem. Dann bleibst du so lange hier, bis er sie wieder rauskackt. Ja, Markus? Sind Hühner Tiere oder Vögel? Hm, lass mal überlegen. Bist du dumm oder dumm? Herr DiNado, wird dein Laptop schwerer, wenn man mehr Dateien drauf hat? Nein, sonst könntest du schweben. Warum? Weil dein Hirn nur aus Luft besteht. Ruhe! Ruhe! Ruhe!